Die Penny DEL ist zurück. Was für ein Tor? Hast du den gesehen? So viel Eishockey gab's noch nie. 15 Teams im Kampf um den Meistertitel. Und in dieser Saison auch gegen den Abstieg. Für alle Clubs Spannung bis zum Schluss. Endlich seid ihr zurück. Für alle Fans endlich wieder Eishockey in den Arenen. Wir für euch. Alle Spiele der Penny DEL nur bei Magenta Sport. Spiele.